Evet Eren, hep birlikte Shukran ablalara iftara gidiyoruz. Evet, Shukran ablalara çok sebebi. Şimdi gitmemiz lazım. Willkommen Eren, Emir, Mert, Arif, Aysun und Saliha. Willkommen Ehren, Emir, Mert, Arif, Aysun und Saliha. Willkommen Ehren, Emir, Mert, Arif, Aysun und Saliha. Willkommen Ehren, Emir, Mert, Arif, Aysun und Saliha. Hoş bulduk Mustafa, Kamil, Şükran, Türkan, Nisa, Semanur ve Metin. Jetzt lasst uns zusammen iftar haben. Mersi, Mert, Arif, Aysun und Saliha. Mersi, Mert, Arif, Aysun und Saliha. Mert, Arif, Aysun und Saliha. Mert, Arif, Aysun und Saliha. Mert, Arif.